Moin Morino hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal MorinoLM und heute spielen wir wieder Minecraft. In der letzten Folge habe ich es wieder mal nicht geschafft. Ich habe versucht Skyblock zu spielen, aber es hat nicht geklappt. Darum versuche ich jetzt mal mein Glück in Minecraft Hardcore. Wir nennen die Welt einfach mal Morino A. A. D. Ja. Egal, ich mache es jetzt einfach so. Ich möchte gerne ein großes M. Hallo? Ah, nein, eben nicht. So, Hardcore. Ja, okay. Wir erstellen einfach mal. Ich werde nicht gut sein in Minecraft Hardcore, weil ich bin sowieso nicht so gut in Minecraft. Aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und schon mal ein recht akzeptabler Spawn. Hier sind auch direkt Schafe. Das ist schon mal sehr gut. 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 ja da unten sind weiße schafe gut die schaffe ich jetzt auch erst mal und dann brauche ich mir auf jeden fall erst mal räume ab und du bist auch noch dran gut so jetzt wird erst mal holz abgebaut denn schon mal sehr gut dass ich jetzt schon mal wenn wir dann gleich holz haben das schon mal dass wir uns schon mal direkt ein was zum bett haben ein bett haben halt wollte ich sagen okay also dann machen wir uns hier erst mal das da dann haben wir auch ein paar sticks so dann bauen wir uns erst mal ein bett dann haben wir schon mal ein bett so was brauchen wir noch erst mal eine spitzhacke dann kriegen wir auf jeden fall schon mal genug stein dann haben wir hier einmal die spitzhacke und dann geht es jetzt weiter und wir brauchen jetzt auf jeden fall erst mal steine deswegen würde ich einfach mal hier einfach ein anfangen einfach zu bauen bis dann stein kommt und da haben wir doch auch schon gleich stein zwei drei gut können wir hier einmal die werkbank platzieren und dann was machen wir dann wir machen uns eine steinspitze so damit bauen wir jetzt erst mal ganz viel stein ab wir brauchen eine ordentliche ladung an stein da da und da auch so dann machen wir stein gut dann mache ich mir erst mal ein schwert schwert mache ich mir auch gleich nochmal stecker ein ofen so so den ofen platziert jetzt einfach mal hier nee äh so der ofen wird jetzt einmal hier platziert jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen licht und machen da und dann schon mal unser bett hin schon mal ein recht guter anfang würde ich sagen jetzt nehme ich hier meinen ofen tut die alte spitzhacke rein und brate dann schon mal entspannt mein fleisch dann habe ich auch schon gleich was zu essen dann würde ich sagen es ist schon mal ein recht guter anfang das können wir auch noch mal kurz verraten dann haben wir schon mal gut was zu essen dann würde ich hier auch den ersten tag bleiben vielleicht noch ein bisschen meinen vielleicht hier ein bisschen rumbauen und gucken ob ich kohle finde ja sieht das schon mal gut aus für minecraft hardcore so dann kann es sein dass hier eine höhle ist scheinbar ok als ihnen vielleicht ich kann mir ja hier so eine kleine basis aufbauen ich brauche auf jeden ist ja gut ist ja gut ich möchte mir aber auf jeden fall erst mal ist ja gut eine tür machen ist jetzt schon nacht nee warum sind hier die Zombies hier ist doch gar kein zombie warum machen dann zombie geräusche hier hallo niemand da ich möchte eigentlich jetzt eine tür machen kann ich das äh 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 ne tür gibt es deine türen nee ich gebe mal hier erde ja dann muss ich wohl noch einen baum füllen oder ich mache es einfach nicht ich und ziehe einfach weiter so dann nehme ich Bett brauche ich dich brauche ich dann baue ich hier einmal noch den Ofen ab so dann verlasse ich das kleine Loch und dann ziehen wir einfach mal los aber ich muss sagen sieht schon recht gut aus hier im Hardcore Modus schaffe ich es ja ich habe es geschafft hallo Hühnchen so wir brauchen auch auf jeden Fall Kohle ah ja und was raus ne oh es wird auch schon gleich Nacht dann beende ich auch die Folge und dann haben wir ja den ersten Tag schon mal recht gut überlebt würde ich sagen hallo Pferde äh ich möchte aber auch mal kurz noch sagen ich habe Minecraft wirklich noch nie durchgespielt ähm ein Rune Portal okay da gehen wir jetzt auf jeden Fall am nächsten Tag hin da sehen wir es das Rune Portal das ist irgendwie in den Sand eingegraben doch erforschen tun wir es dann beim nächsten Mal ja ja das ist hier so in den Sand gegraben nichtsdestotrotz gehen wir jetzt aber schlafen gute Nacht äh gute Nacht und ciao ciao you 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 you